Ihre einstudierte Zirkusshow haben jetzt wieder die Nachwuchsartisten um Angela Frössma und weitere ehrenamtliche Helfer in der Tennishalle des MTV Jever präsentiert. Dann hieß es wieder Manege frei. Ob eleganter Pferdchenlauf, Überhürden, kleine Tänze oder auch gefährliche Kletterkünste, die kleinen Artisten haben alles hinbekommen. Zudem waren sie wieder bunt verkleidet als grazile Ballerina, gefährliche Tiger oder wilder Pirat. Dafür gab es vom Publikum natürlich auch eine Menge Applaus.